Jetzt verlassen wir die Grundsätzlichkeiten und kommen zu den Elementen. Und das erste Element, wie das immer so ist, es beginnt immer mit dem Start. Und ein erster Gedanke für mich im Zusammenhang mit dem Start ist, was wollt ihr machen mit den Hunden als Startsignal? Ich persönlich habe zwei Signale. Ein Signal für das Anriechen, worüber wir ja beim letzten Mal gesprochen haben. Und ein Signal, was dann heißt, jetzt beginnt die Suche. Und das hat einen ganz konkreten Grund, weshalb ich zwei Signale verwende. Weil ich bin in der Vergangenheit, als ich nur ein Signal hatte, schon immer halb hinter meinem Hund hinterher geflogen, weil ich kein selbst separates Startsignal hatte. Und dann habe ich irgendwie noch versucht, während ich schon am Laufen war und der Hund schon seine Suche angefangen hatte, habe ich dann immer irgendwie versucht, den Geruchsträger in eine Jackentasche zu stecken. Oder es war auch manchmal so, dass ich den dann einfach nach hinten gereicht habe und mein Helfer den nehmen musste. Oder ich habe den einfach auf den Boden fallen lassen und bin weitergelaufen. Und das ist natürlich für den Realeinsatz ganz, ganz ungünstig. Und das Problem ist, wenn man sich im Training das angewöhnt, dann macht man das hinterher im Realeinsatz auch so. Und dann liegt euer Geruchsträger irgendwo rum oder eine zweite Person wie euer Helfer muss dann auch nochmal die Plastiktüte anfassen und bringt vielleicht noch Geruch an den Geruchsträger. Und dann müsst ihr wieder eine Person ausschließen. Also das finde ich immer alles ganz ungünstig. Viel einfacher ist es zu sagen, es gibt ein Signal fürs Anriechen und ein Signal für die Suche. Und das ist für die Hunde überhaupt gar kein Problem zu warten, bis sie ihr Signal für die Suche kriegen. Überhaupt nicht. Und dann ist natürlich immer noch die Frage, wollt ihr ein Ritual als Start oder wollt ihr nur ein Signal als Start? Da würde ich sagen, auch wieder macht das abhängig vom Hundetypus. Nämlich, ob ihr eher einen Hund habt, der auch wieder unbedingt zum Ziel will, ein sehr extrovertierter, impulsiver Hund ist. Weil wenn ihr dem vorher noch ein Ritual aufzwingt, wie einmal im Kreis gehen und dann zieht ihr dann das Geschirr erst am Startort an, dann kann das sein, dass es den Hund schon wieder anscheißt, dass er aus seiner Erwartungshaltung jetzt endlich die Pferde erarbeiten zu dürfen, so rausgerissen wird. Das wäre ein Hund, dem würde ich das Geschirr am Auto anziehen, sie ins Halsband nehmen, am Startpunkt umschnallen und dann die Signale fürs Anriechen und für die Suche geben, fertig. Es gibt aber auch ein paar Hunde. Das sind vor allen Dingen Hunde und ich denke, dass es auch ein ganz klein bisschen herkommt. Das ist jetzt ein Fettnapf und dieser Fettnapf wird jetzt sozusagen auch ganz original aufgeladen und verkauft sich. Aber ich nehme diesen Fettnapf einfach mal mit, weil ich denke, es nutzt uns nicht, da nicht ehrlich zu sein, dieses Ritual, da so einmal im Kreis zu gehen mit diesen ganzen Erklärungen, dann kann der schon mal die ganzen Gerüche aufnehmen und so. Ich glaube, dass das aus der, oder ich bin mir ganz sicher, dass das aus der Blatthundarbeit kommt. Ich habe übrigens noch nie einen Hund gesehen, der schon mal alle Gerüche aufnimmt und dann, wenn ich ihm den Anriechgegenstand gebe, dann auf einmal sagt, ah, diesen Geruch, den hatte ich doch gerade dort hinten in der Ecke links und dann stürmt er da sofort hin und arbeitet die Fährte aus, was ja so wäre, wenn er sich die Gerüche merken würde. Sondern was meine Erfahrung ist, und das ist auch die Erfahrung mit meinem eigenen Hund und den auch den anderen Blatthunds oder Hauntypen, die ich gesehen habe, zum Beispiel habe ich das auch bei vielen Schweißhunden gesehen, die sind am Anfang ganz schnell durch Umweltreize abgelenkt. Wenn das da irgendwie an irgendeiner Stelle noch wiegt, nach was weiß ich, nehme ich mal wieder einer läufigen Hündin, aber es muss auch nicht mal so etwas gravierendes wie eine läufige Hündin sein, sondern irgendein Geruch, dann sind die dadurch abgelenkt und fokussieren sich nicht auf die Arbeit, sondern müssen das dann erstmal für sich abgearbeitet haben. Das heißt, wenn ich die ins Geschirr nehme, anriechen lasse und sofort starte, kann das sein, dass sie sich erst stundenlang mit irgendwelchen Nicht-Pferden-Gerüchen vor Ort beschäftigen, bevor sie auf die Pferde springen. Und das ist natürlich nicht das, was wir wollen und wäre auch eine schlechte Angewohnheit. Das Gleiche gilt für Hunde, die eher so ein bisschen schüchtern sind oder auch Umweltprobleme haben. Die kommen dahin und müssen erstmal mental ankommen. Und für diese Hunde ist es natürlich super, ein Ritual zu haben, die da einmal im Kreis zu führen, ihnen Zeit zu lassen, an den Gerüchen zu riechen, die da sind und dann, wenn sie mental angekommen sind, dann zu sagen, okay, und jetzt ziehe ich dir das Geschirr an und jetzt geht es los. Das ist für diese Hunde deutlich einfacher. Also von daher würde ich sagen, ich bete da gar kein Credo, das muss immer so sein, sondern ich würde es absolut abhängig machen von dem Hund, den ihr arbeitet.